Hallo meine Lieben, mein Name ist Maria. Ich habe vor mehreren Wochen bei Daniel ein Webinar von Instance Change besucht. Ich war am Ende des Tages, der zugegebenermaßen intensiv und kraftanstrengend war, überrascht von dem Engagement und der Präsenz von Daniel, wie er da in diesem Seminar mit seinen Teilnehmern umging. Ein paar Wochen später hat meine Schwester Eleonore Rosl, die inzwischen den Master of Instance Change gemacht hatte, mich zu einer Sitzung eingeladen. Einerseits war ich ja positiv überrascht von diesem Webinar mit Daniel, andererseits dachte ich so, ja unter Schwestern muss, nachdem ich diesen Tag ja so positiv empfunden hatte. Ja, und dann dachte ich so, dass das Leben in den letzten Jahren für mich vielleicht auch nicht so ganz einfach war. 1913 bin ich schwer erkrankt, kamen immer wieder Folgegeschichten dazu, dann kam eine Trennung vom Partner, zwei Umzüge. Ja, also dachte ich, na, es wird dir vielleicht gut tun, da machst du doch bitte mal mit. Ja, und ich hatte eh das Gefühl, immer kämpfen zu müssen, immer auf der Hut zu sein, immer in einer gewissen Habachtstellung zu sein und stellte dann so in der letzten Zeit fest, dass das so ein Dauerstress zur Folge hatte. Ja, hm, eigentlich habe ich das Gefühl, was tun zu müssen, obwohl nicht wirklich alles aus dem Ruder lief. Und dann kam in der Sitzung, wie auch schon im Webinar die Frage, wie willst du es haben, beziehungsweise wie will ich mein Leben in Zukunft haben. Und das ist ja so die ganz zentrale Frage auch für mich gewesen. Da habe ich auch ganz schnell Antworten gefunden und zwar einmal natürlich vorneweg, dass ich wahnsinnig gern gesund bleiben möchte, gesund sein möchte, dass ich zum Zweiten so ein bisschen unabhängiger von der Meinung anderer gern wäre, dass ich mir so insgesamt mir selbst wohl der beste Freund sein möchte. Und am Ende der Sitzung mit meiner Schwester hat sich ganz schnell das Wichtigste eigentlich gezeigt, was mir so fehlte. Ich möchte viel mehr Leichtigkeit, Freude, Humor und auch wieder Lachen in meinem Leben haben. Am Ende der dritten Sitzung hat dann meine Schwester mir einen Satz gespiegelt, der hat echt reingehauen. Und zwar hieß er, es darf geschehen, das Gute darf geschehen. Und das war wie eine Offenbarung für mich. Das würde nämlich heißen, ich muss nicht mehr auf der Hut sein. Ich muss nicht mehr kämpfen. Ich muss mich nicht immer anstrengen. Ich kann dieses Muss, Muss, Muss einfach mal aufgeben. Und stattdessen das Vertrauen in mein Leben lassen. Das Vertrauen da rein, dass das Gute geschehen darf. Nämlich, dass das Leben für mich da ist. Und das ist etwas, diese Erkenntnis, diese Sätze, die begleiten mich inzwischen durch meinen Alltag. Nicht jeden Tag gleich stark und nicht jeden Tag gleich präsent und leicht, aber es geht immer besser. Und jetzt langsam bin ich auch gespannt, wie das Leben so mit mir weiter verfährt. Ja, das ist der Stand jetzt. Ich danke von ganzem Herzen dir, meiner Schwester. Ich danke auch Instant Change für diese neue Sicht auf das Leben. Und ich kann allen nur sagen, probiert es aus. Es kostet zwar etwas Mut, aber ich finde, es lohnt sich. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Ja, das ist gut gehen. Tschüss. und Jebt tut.